Toggenburger Stadttheater, aber den ersten Helden davon, das war Gustav Renner. Gustav Renner war bestimmt die erste Kraft im Toggenburger Stadttheater. Alle kannten seine weiße Weste, alle kannten ihn als Heldenvater. Alle lobten ihn, sogar die Kenner. Und die Damen fanden ihn sogar noch schlank. Schade war nur, dass sich Gustav Renner, wenn er Geld besaß, enorm betrank. Einstmals, als man Hamlet gab, spielte er den Geist von Hamlets Vater. Ach, er kam betrunken aus dem Grab und was man nur Dummes tun kann, hat er. Hamlet war aufs Äußerste gestürzt, denn der Geist fiel völlig aus der Rolle und die Szene wurde abgekürzt. Und Renner fragte, was man von ihm wolle. Man versuchte hinter den Kulissen ihn von seinem Rausch zu befreien, legte ihn lang hin und gab ihm Kissen. Und dabei, hör ich, schlief Gustav Renner ein. Die Kollegen spielten exakt, weil er schlief und sie nicht länger störte. Doch er kam, und zwar im nächsten Akt, wo er absolut nicht hingehörte. Seiner Gattin rade er auf den Fuß, seinem Sohn zerbrach er das Florett und er tanzte mit Ophelia Blues und den Königschmesser ins Parkett. Und alle zitterten und rissen aus. Doch dem Publikum war das egal. So etwas von donnerndem Applaus hörte man in Tockemburg zum ersten Mal. Und die meisten Tockemburger fanden, endlich hätten sie das Stück verstanden. Und die meisten Tockemburger fanden sie das Stück verstanden.